Uns beschäftigt das Busunglück in Venedig. Damit sage ich herzlich willkommen zu Brisant. Schön, dass Sie bei uns sind. Erzeugen, Sie sprechen von apokalyptischen Szenen. Die Lagunenstadt Venedig, sie ist schockiert und trauert. Ein Bus, in dem vor allem Urlauber sitzen, darunter auch Deutsche, stürzt von einer Brücke mehr als 10 m in die Tiefe. Der Bus fängt sofort Feuer. 21 Menschen haben keine Chance und sterben, darunter auch Kinder. Noch sind nicht alle Opfer identifiziert. Die große Frage ist natürlich heute, wie konnte das passieren?